Hallo und herzlich Willkommen zurück zu CosmoTier. Habe ich bei der letzten Folge auch CosmoTier gesagt? Ich hoffe es. Ich will den ja angreifen. So. Okay. Ist der ein Cockpit da? Hä? Hallo? Nein, 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 nein. Ah, jetzt geht's. Kein Plan, was das war. Der hat Raketen. Okay. Wo fliehen die raus? Irgendwo. Ist das ein Raketenwerfer? Nein, Laserblaster. Wer ist da? Kleiner Schildgenerator. Oh, komm. Geh mal da hin. Wir müssen da voll durch die Schilde ballern. Nein, das ist auch nicht sehr günstig. Wir haben ja schon wieder keine Energie da vorne. Die Wege zu weit? Kann ich jetzt vielleicht hier noch mehrere Red Shirts angeben? Oh, geht das jetzt besser? Meine Red Shirts dürfen ja alles. Oh, er ist kaputt. Oh, er ist kaputt. Sehr schön. So viel Schaden hat mir ja gar nicht. Ich dachte, es wäre mehr. Oh, nächster Auftrag hier oben. Eliminiere Piraten. Eliminiere umstreifende Piraten. Okay. Mal fertig. Ähm. Jo. Warte. Sind wir voll? Nö. Ach so. Ähm. Moment. Das ist natürlich dumm. Das ist natürlich sehr, 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 sehr dumm. Und zwar muss ich hier bei den Rollen. Ich glaube, bei denen ist Looten ausgestellt. Ähm. Machen wir mal arbeiten. Das ist bei ihr. Ja, siehste. Nee, das ist es gar nicht. Was ist denn das? Hier? Äh, ja. Ressourcen sammeln. Okay. Mache ich mal auf 5. So, jetzt aber. Machen die was? Ja. Perfekt. Hier noch an Bord. Und weiter geht's. Und weiter geht's dahin. Was mache ich denn mit den Schiffen? Kann ich die verkaufen? Wäre gar nicht mal so schlecht. Piratenbasis. Wer hätte das gedacht? So, jetzt muss ich einen nach dem anderen hier rauslocken, oder? Und den kriegen wir doch. Ah, der zieht uns. Oh ne, der zieht uns an die Station. Jungen. Komm, komm. Mach den. Mach den Reelgun? Das hat sich die Reelgun. Er hat eine Reelgun. Okay. Immer noch keine Energie vorne. Ganz so wenig Leute, oder? Ich glaube, der ist Geschichte. Sammeln wir den noch ein? Ja, komm, können wir ruhig machen. Okay. Alle an Bord bitte? So, ging doch gut. Mal schön looten. Dann looten wir das hier noch. Ui. Äh. Ne, warte. Wir looten die ganze Station. Ach nee, muss das jetzt sein? Ach so, da unten. Hilfe. Ah ja. Sollen wir uns fragen? Wir greifen den an. Oh, oh. Oh. So viel zum Angreifen. Das werden wir nicht überleben. So ein Mist. Oh, komm ich da mit meinem Schiff schnell genug hin? Nee, dann sind sie halt verloren. Das war jetzt dümmlich. Deine Crew. Die Station kaputt? Offen. Teile für Heide-Raketen. Ja, das kann alles raus. Jetzt los. Ja, das kann alles raus. So, die Motte. Das ist ein gutes Schiff. Hier noch ein... Kann ich mal testen. Nee, nicht Korridor. So. Da, ne? Schiffsdesign speichern. Crew entsenden. An die Motte. Einen bitte. Wenn ich den jetzt repariere. Ja, kann dich. Das ist eventuell ein gutes Schiff. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es keine Crew. Nee, hat das nicht. Kann ich mit dem? Nee, die haben alle keine Crew. Ja, ich müsste mal vielleicht ein bisschen langsamer machen. Damit die Schiffe hier nicht immer wegfliegen. Also. Kurier rufen. Anheuern. Anheuern. Den rufen. Anheuern. Den rufen. Anheuern. So, und das war's schon, ne? Hier gibt's nix. Ähm. Warte. Warte, 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 warte. Zurücksetzen. Abbrechen. Kann ich ja nicht machen, ne? Der braucht doch... Munition, oder? Ja, der braucht Munition. Der braucht mindestens... Buh. Wie viele Leute sind da jetzt drin? Zwei? Vier? Zu wenig auf jeden Fall. Was denn? Keine Leute. Aber mit der kann ich... Könnte ich. Wenn ich nicht schon alles andere verkauft hätte. Okay, gut. Aber... Kurier rufen? Gibt kein... Okay. Ne, da hab ich alle Leute schon... Ja, schwierig jetzt, ne? Geradenbasis. Und das Ding? Kann ich das reparieren? Kann ich doch gar nicht, ne? Geht gar nicht, ne? Ruhe entsenden. Ne. Bin ich nur in die Motte. Okay. Dann müssen wir ein paar mehr Leute suchen. Und dafür gehen wir da hin. Frage, Motte, fliegst du? Ja, so fliegt. Ja, am Zug bleibt zu stehen, weil sind ja nur zwei Krumme-Member drin, ne? Ja. Da mal Energie hingebracht und da mal Energie hingebracht. Ja, kann jetzt ein bisschen dauern. Ja, wir sind angekommen. Perfekt. Ja, jetzt Motte... Rufen. Hier kann man nur... Ah, okay. Kaufen und verkaufen. Ja, das wollte ich nicht. Wollte... Da hin. Da ist heute nicht allzu viel passiert. Aber warte, hier sind doch Schiffe. Oh ja. Hier könnte ich nochmal anheuern. Okay. Naja, will er nicht. Okay. Warte. Base. Transporter. Nicht. Oh nee. Oh man. Das war ja richtig kacke. Meine Leute. Wir sind draußen. Wo sind die anderen? Und das vier? Na, schafft ihr. Na, schafft ihr. Okay. Jetzt sollte das schon ein bisschen besser gehen. Möchte ich gerne mit dir. Dann geht's jetzt da hin. Dann geht's jetzt da hin. Na, läuft schon ein bisschen schneller. Und keine Angst. Und keine Angst, nach Weihnachten kommt dieser Kopf hier oben, der da, ja, der kommt dann wieder weg. Okay. Hier, rufen. Leute. Leute. Na, warum nicht? Kann ich alles annehmen? Ja, komm. Hier, kannst du. Leute anheuern auch nicht. Die nächste Station, da. Wird uns nix bringen, oder? So. Alte Zahlung von Noriatlas. Ist das die da oben? Das die. Wie? Aber. Da war ich doch. Da war ich doch. Oder nicht? Ja, wir brauchen mehr Leute. Leute, 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 Leute. Wir brauchen mehr. Aber hier ist nix besetzt. Keine Leute. Aufträge. Zahlung gehalten. Plus 45 Ohm. Blödelt. Können doch bestimmt nochmal. Ja. Wir können. Unsere Ansatz. Schifft da. Hä? Okay. okay okay gut dann müssen wir uns beim nächsten mal darum kümmern dass wir hier noch mehr rum bekommen was gibt denn rum ihr piratenjäger plus acht piratenjäger das heißt ich müsste alle auf in der lukatschenko station da da muss man auch mein halt alle ein ein bisschen mehr rum mehr leute dann sollte das auch gehen ja schade dass die jetzt da unten kaputt gegangen sind die sind einfach kaputt gegangen kann ich ja auch nichts für oder doch er kommt ob ich das du ist da du greifst den an wenn ich dann ran komme er hat ein sternchen das muss ich machen halt erst die uhr so so ja da vorne kommen immer noch keine leute hin echt bitter echt echt bitter eliminieren umstreifende piraten 3 von 7 ok ja vielleicht wenn ich jetzt hier die aufgabe abgibt ich wird das dann was so aber wir haben zwei schiffe geld schon mal was ach so rufen leutchen aufträger abgibt ok piratenjäger immer noch gut dann machen wir beim nächsten mal piratenjäger das kann ja nur eins von den sternen hier seine also auch immer viele piraten 1 2 3 4 5 6 machen wir beim nächsten mal heute bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten mal gehabt euch gut und tschüss tschüss